So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Tja, nochmal eine brandheiße aktuelle Neuheit. Von Schleich zu ihrer Dinosaurier-Serie. Wir haben hier den Baryonyx mit der Nummer 15022. Auf der Seite von Schleich findet ihr auch einen entsprechenden Begleittext zu diesem Dinosaurier. Wenn es interessiert, lest es euch gerne durch. Und ja, nach den ersten beiden Bomben, die Neuheiten zu den Eldrador Creatures von Schleich, die ich in den letzten Videos vorgestellt habe, komme ich hier ziemlich hart wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Denn wir haben hier zum einen ein super Modell, was die Struktur angeht. Also hier, liebe Grüße an den Künstler, kann man eigentlich nichts Negatives sagen. Ich lobe ja auch so gerne, ich sage so gerne Positives. Aber ich meine, ihr kennt mich, wenn ich etwas nicht gut finde, dann muss ich das auch sagen. Ja, ich habe die Figur gekauft, ich werde nicht gesponsert, nicht bezahlt. Ich bin Sammler aus Leidenschaft mit Herz und Seele. Und ich sage euch nur ganz offen und ehrlich, meine eigene Meinung. Das muss nicht eure sein. Geschmäcker sind verschieden, gehen komplett auseinander. Darum macht euch bitte euer eigenes Bild zu dieser und zu den kommenden Figuren, die ich hier als Neuheiten von Schleich vorstelle. Ja, also das mal gleich vorweg. Als erstes, was natürlich auffällt, die Bemalung. Das ist so ultra krass. Da fallen mir teilweise echt die Haare aus. Ich kann es nicht fassen. Die Bemalung erinnert ganz spontan, ganz grob an den Suchomimus aus Jurassic World Evolution. Ja, falls ihr das Bild nicht vor Augen habt, dann holt es euch her, guckt es. Da fehlt natürlich noch einiges, bis man die Bemalung aus dem Videospiel hat. Überhaupt kein Thema, aber es scheint mir irgendwie so eine Annäherung zu sein. Ja, Suchomimus wohlgemerkt. Hier haben wir den Baryonyx. Wir wissen, Schleich macht Spielzeugfiguren, richtet sich an Kinder. Irgendwie geht Schleich dieses Jahr einen Schritt zurück, was die Dinos angeht. Und ich komme manchmal nicht so ganz mit. Auch bei den Tierfiguren sind ein paar Geschichten dabei, wo ich denke, was? Und wenn ihr dann einfach mal die Reviews von Eldrador herholt und seht, wie unfassbar detailversessen, auch in der Bemalung, wie passend, wie schön, wie toll umgesetzt die Figuren sind. Und dann hier, klatsch, kommen die Dinos. Wow, das ist, wow. Ich finde da teilweise echt keine Worte mehr. Wir haben hier ein super Modell. Klaro, es geht eher so in Richtung kindlich. Hat es nicht ganz den Anspruch, den reifere Sammler wollen. Was mich erstaunt, denn guckt euch doch die Dinos von Papo an. Die Dinos verkaufen sich wie warme Semmeln, weil sie echt zwei Sammlergruppen ansprechen. Kinder sind fasziniert und auch die Erwachsenen-Sammler werden hier noch mitgenommen. Und auch die sind zufrieden. Hier hätten wir ein Modell, was sogar vielleicht auch Erwachsene-Sammler anspricht. Aber die Bemalung, es ist ganz einfach krass. Krass, was meine ich damit? Ich sage es euch. Das Teil hier hat pinkfarbene Augen. Pinkfarbene Augen. Ein rosa Mund. Ich meine, warum malt er denn nicht dann gleich rosa Herzchen? Über den Körper. Oder eine Bärchen-Outline. Oder keine Ahnung, Kreise, Vierecke, Dreiecke. Da kann ein Kind auch noch was von lernen. Geometrische Formen. Ich bin überzeugt, Schleich hat von den grandiosen Modellieren mal abgesehen. Großartige Künstler. Genauso entsprechend Leute, die das Zeug bemalen. Ich bin überzeugt, die haben es unheimlich gut drauf. Aber irgendjemand überlegt sich ja sowas. Also warum lässt Schleich denn nicht einfach mal die Modelleure und auch die Painter, die Bemaler, warum lassen die denn die nicht einfach mal machen? Macht doch mal. Ich bin überzeugt, euch wird es wegfetzen, was da für Figuren rauskommen. Mal ganz ehrlich, wenn ich als Künstler, als Modelleur von so einer Figur weiß, dass die Ene eine sehr, und ich drücke mich jetzt hier echt nett aus, eine sehr zweifelhafte Bemalung bekommt. Warum soll ich mir denn dann als Skulptur überhaupt noch Mühe geben, hier eine tolle, eine realistisch anmutende Struktur zu modellieren? Also wenn es wirklich für die Zielgruppe gedacht ist, für Kinder, ja warum macht dann hier überhaupt noch eine Schuppenstruktur rein? Macht doch die Dinger glatt. Macht sie doch glatt. Oder macht einen Flock drauf. Mit kleinen Erdbärchen oder so irgendwie was. Dann ist das okay. Dann kann ich das verstehen. Aber ihr habt letztes Jahr teilweise so schöne Modelle rausgebracht. Über die Zeichnung kann man sich streiten. Aber die Modelle waren klasse. Und ihr habt da ein schönes Modell und klatscht so eine Zeichnung drauf. Pinkes Auge. Nein. Vor allem ein rosa Mäulchen. Du möchtest da gerne einen Schnuller reinstecken. Wie kann man denn sowas machen? Ich kriege mich nicht mehr ein. Ehrlich. Es gibt auch überhaupt gar kein, ja, Konzept. Roten Faden gibt es nicht. Ein Jahr so. Oder sagen wir mal das eine halbe Jahr so. Das andere halbe Jahr so. Und halt vor allem auch immer verschiedene Künstler. Das siehst du einfach überdeutlich. Ich sage nur Diablozeratops und Plesiosaurus. Holt euch die Bilder her. Guckt euch das an. Ihr kriegt Handdiarrhoe oder so irgendwas. Warum wird denn hier nicht klar unterteilt? Eine kindliche Linie, eine Kinder-Kitzlein und eine Collectors-Linie. Das wird doch viel mehr Sinn machen. Ich verstehe es nicht. Ich kapiere es nicht, Schleich. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, ich muss es auch nicht verstehen. Sitzt man denn auf so einem hohen Ross? Oder ist man denn so figurenfremd, dass man so Geschichten hier rauskloppt mit einem pinkfarbenen Auge? Oh mein Gott. Echt. Diese Bemalung oder Bestempelung oder wie auch immer ihr das gemacht habt, das kriegt doch jeder hin. Das kriegt jeder hin. Wo ist denn da der Anspruch? Das sieht aus wie so eine Figur, die ihr im Fünfer-Set in einem Netz kriegt. So sieht die Bemalung aus. Wo ist denn da der Anspruch? Die Qualität in der Bemalung. Wo? Wo denn? Seid mir nicht böse. Das musste einfach raus. Ja. Nichts gegen das Modell an für sich. Nichts gegen die Schleichqualität, was das Material angeht. Alles top. Alles wunderbar. Super. Und ich habe auch nichts dagegen, dass die Krallen abgerundet sind. Und dass die Zähne keine unterschiedlichen Längen haben. Alles Sicherheitsvorkehrungen. Das kann ich alles nachvollziehen. Wir betrachten uns jetzt hier mal die Details. So und wenn ich ihn jetzt gerade so vor mir stehen habe. Dieser Baryonyx hier hat eine Länge von 24,24,5. Nicht ganz 25 Zentimetern. Und eine Höhe von circa 11 Zentimetern. Also nicht allzu groß und nicht allzu schwer. Und ja, also ich kann es nur nochmal sagen. Die Form ist wirklich schön gelungen. Ja. Arme könnt ihr nicht bewegen. Beine auch nicht. Aber das Maul, das reicht mir auch vollkommen. Ich beginne wie immer hier am Kopf. Das Maul, wie schon gesagt, kann man bewegen. Kann man öffnen. Somit seht ihr auch dieses grauslige Rosa, was sie hier für innen genommen haben. Der Gaumen ganz leicht hier oben bearbeitet. Aber wirklich nur ganz leicht seitlich. Die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer. Auch nicht wirklich eine Struktur bekommen. Die Zähne gleichmäßig, extrem gleichmäßig gemacht. Hier diese kleine Einbuchtung, wo ihn als Fischfänger, als Fischliebhaber auszeichnet. Aber ihr seht, die Zähne einfach gearbeitet. Hier auch die Farbe einfach mit einem Strich drüber gegangen. Ja, nicht verschmiert. Ist schon sauber geworden. Aber ja. Ah doch, hier unten läuft sogar ein bisschen über die Lippe drüber. Also die Zunge noch ein bisschen in Dunkelrosa bemalt. Aber sonst das Ganze hier ordentlich gearbeitet. Das heißt... Oh, nee. Hier guckt das rosa raus. Seht ihr das? Hier unten guckt das rosa raus. Das ist großartig. Es wird echt immer besser. Es wird echt immer besser. Aber ich sage ja, du verlierst doch echt als Modelleur die Lust, hier noch großartige Figuren zu machen, wenn du weißt, die kriegen so eine Bemalung. Oder wenn du dir das zumindest denken kannst. Ja, steht ja vorher wahrscheinlich noch nicht fest. Es sei denn, die Dinger werden hier am Rechner, in einem 3D-Programm gearbeitet. Naja, auf jeden Fall haben wir einen schönen Kopf. Alles in allem gesehen. Mir gefällt auch dieses Horn-Teil, was sich hier hoch zu im Auge zieht. Das Auge halt wirklich, also ganz einfach getupft. Dann halt auch in pink. Das macht mich echt fertig. Wirklich. Das Auge etwas tiefer gelegt. Dann seht ihr hier auch die Aussparungen von der Membranhaut mehr oder weniger. Das Nasenloch. Seht ihr, etwas nach hinten versetzt, damit er die Schnauze etwas ins Wasser eintunken kann. Dann auch hier oben. Nette Schuppen zu sehen. Also das ist alles okay. Alles bestens. Von unten sieht man sehr schön die Kieferknochen. Das ist okay. Aber dass man das rosa drunter vorsieht, das ist schon echt krass. Also wirklich. Der Kopf ist übrigens sehr schön schmal geworden. Also auch das ist toll. So sieht das Ganze von vorne aus. Also Augen sieht man nicht. Da ist einfach der Schädel etwas zuvor. Ja, der Kopf wurde natürlich auch hier an den Körper montiert. Kann man hier sehen. Die Montagestelle ist aber schon raffiniert gemacht. Denn ihr seht, überall hier der Hals, der Kopf durch grobe Falten durchbrochen. Schöne Schuppen dazwischen. Schöne Schuppen dazwischen. Eine Kehl war mir auch leicht zu sehen. Dann hier seitlich auch schöne erhabene Osteoderme, die sie übrigens dann auch noch über den Rücken zieht. Bis zum Schwanz nach hinten. Das ist alles durchaus reizvoll gemacht. Hat auch hier auf dem Rücken so eine leicht erhabene Stelle, wo auch wieder nett unterteilt ist. Und wie so Dachziegel, aber wirklich nett gemacht. Die Schuppen auch gut gearbeitet. Und immer wieder durch Hautfalten unterbrochen, durchzogen. Das war schon zu gefallen. Dann bin ich hier schon am Schenkel. Ihr seht hier nett die Muskeln, die Hautfalten, die Waden. Schön kräftig gemacht. Und letztendlich, wenn wir runtergehen zum Fuß, werden die Schuppen ein bisschen gröber. Nicht so der typische Vogelfuß, wie man es bei anderen Modellen sieht. Sondern dieses Mal halt etwas abgeändert. Das ist auch okay. Die Krallen sind nett abgesetzt. Hier auch noch schön einzelne erhabene Knochen zu erkennen. Die Füße unten, ja auch relativ flach, damit die Figur gut stehen kann. Die Afterklaue, schön abstehend herausgearbeitet. Sowas weiß ich immer zu schätzen. Viele legen das einfach an. Und das ist schon richtig klasse. Auch hier hinten, schön die Schuppenstruktur erkennen. Das ist natürlich alles relativ gleichmäßig gemacht. Also wir haben hier keine große Abwechslung, was die Schuppen angeht. Aber es wurde definitiv durchgezogen. Auch hier unten, schön hier auch Adern, Falten zu erkennen. Das Modell ist klasse. Also da kann man nichts sagen. Ja, und hätte man die Zeichnung halt noch ein bisschen angepasst. Mein Gott, Schleich hätte echt ein schönes Baryonyx Modell bekommen. Er ist schön, aber die Bemalung und das hier letztendlich, das killt das ganze Ding. Echt, du kannst es nicht mehr verernst nehmen. Das ist so, so, so schade. Ehrlich, warum tut man das? Ich kann es nicht verstehen. Hier, toll auch das gearbeitet. Schön unterteilt. Einen kleinen, ganz niedrigen Rückenhöcker. Aber vor allem auch, wenn man das Fossil sieht, das Skelett, alles wunderbar nachvollziehbar. Ja, von dem her, also der Künstler hält sich da schon sehr an die Anatomie. Auch die etwas längeren Arme hier vorne. Die Krallen, ihr seht ja, es war auch hier eine ganz extreme, lange Kralle an einem Finger. Damit er auch entsprechend, ja, seine Beute halten kann. Ja, auch innen die Struktur an den Händen, an den Armen nett zu sehen. Vor allem auch eine ganz unterschiedliche Stellung. Wirkt auch alles recht natürlich, absolut okay. Vor allem schön die Finger hier unterteilt. Alles gut, wirklich alles gut. Auch keine Fliesenlegerknie, also extra so brutal abgesetzte Knie, sondern richtig schön harmonisch. Auch hier die Falten, die Adern, schön gemacht. Das ist alles okay. Hier die Muskeln nicht ganz so angespannt wie auf dieser Seite, denn hier ist das Bein wesentlich mehr angewinkelt, wie wir es hier sehen. Auch das absolut nachvollziehbar. Sagt ja, ein gutes Gefühl für Anatomie. Das gefällt mir sehr gut. Die Zehen natürlich ein bisschen dick. Die Figur muss ja auch stehen können. Von dem her, Schambein ein bisschen zu sehen. Auch hier gehen schön die Falten hoch. Der Übergang zum Schwanz auch absolut nachvollziehbar. Wirkt ein bisschen kurz. Ich denke mal, der Künstler hätte es gerne noch ein bisschen länger und spitzer gemacht. Aber die Spielzeugvorschrift. Darum haben wir hier eher ein stumpfes Schwänzchen. Das wird halt leider Gottes durch die Zeichnung auch noch mehr rausgeholt, dass es hier plötzlich aufhört. Es hört hier plötzlich einfach aus, als ob dieser Dino wie eine Eidechse schon mal den Schwanz hätte fahren lassen und das Stückchen wäre noch nachgewachsen. Das sind halt so die Kleinigkeiten, wo so eine Figur kaputt machen können. So eine Figur steht und fällt leider Gottes mit der Bemalung. Dann lasse ich die Figur lieber weiß oder grau oder in sonstigem Material, wie sie hier gegossen wurde, als dass ich so eine Bemalung draufklatsche. Ehrlich. Das ist ja das... Ja, also ich möchte nicht schon wieder anfangen. Ich wiederhole mich sonst. Das ist klar. Auch hier, ne? Von oben. Das sieht klasse aus. Und das hat auch was, die Zeichnung, wenn man das so sieht. Aber sie ist halt, wenn man es dann so frontal von der Seite sieht, es ist viel zu einfach. Und ich glaube, ich hätte nicht mal hier großartig gemosert. Ja, also da gibt es noch ganz andere Geschichten. Aber das hier, das hier, das killt mich. Das macht mich fertig. Ehrlich. Das macht mich fertig. Ihr habt hier so ein schönes Modellschleich. Ehrlich. Passt auch schön zu den anderen, etwas hochwertigeren Dinos aus der Serie. Ja, ich habe ja Inchen zum Beispiel auch noch da. Auch das, einfach so eine krasse Bemalung. Oh mein Gott. Sie passen schön zusammen. Kann man gar nicht sagen. Toll. Aber es sind halt Kinder-Dinos. Also, leider Gottes, die Bemalung spricht Bände. Ja, ich habe hier auch noch den Giganoto. Und wer hier ein bisschen genauer hinschaut, der wird auch dieselbe Handschrift des Künstlers erkennen. Auf jeden Fall. Darum, das sind alles super Dinosaurier. Aber dieses, dieses pinke Auge, das macht die Figur so dermaßen unglaubwürdig. Oder soll es auch Mädchen ansprechen? Tja, dann habt ihr hier die volle Punktzahl. Aber malt beim nächsten Mal vielleicht auch noch rosa Herzchen auf den Körper drauf. Dann wäre es also wirklich ideal. Hier haben wir ihn doch. Den Diablo Ceratops. Oder heißt er so? Ich habe es schon wieder fast vergessen. So etwas hätte ich vielleicht ja nie erwartet. Aber das sind richtig schöne, gute, erwachsene, sage ich mal, Details. Das nimmst du der Figur hier ab. Das ist, das ist richtig, richtig super. Ne? Und, und dann halt das hier. Diese, diese Ding, 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 Dinger da. Das, äh, ne? Da haben die ja noch eine bessere Struktur. Und vor allem noch so etwas wie eine, wie eine kleine, feine Outline. Das ist, das ist super. Ja? Also damit ich, damit ich diese Augen hier ertrage. Und das war ja hier schon schlimm, ne? Das gelbe Auge. Hätte man hier Gold genommen, wäre es Ultra gewesen, ne? Aber, aber, Pink. Wow, das ist, das ist, wow. Komme ich nicht klar mit. Komme ich wirklich nicht klar mit, ne? Also ein, ein, ein super Modell. Auf jeden Fall. Da gibt es für mich nichts zu meckern. Aber so Geschichten, so was, ne, ne. Und hätte der Künstler hier die, die Zähne vielleicht noch ein bisschen besser bearbeiten können. Ich meine, man kann den Kopf ja komplett aus Gummi machen. Dann, dann tut es doch keinem weh. Dann, dann, dann können die Zähnchen doch auch ein bisschen spitziger werden, oder? Naja, ich bin nicht der Herr Schleich. Ich habe hier nichts zu sagen, ne? Ich kann euch nur meine Meinung sagen. Und wie schon gesagt, vom Modell her ist der mehr als okay. Der ist echt schön. Und er passt auch toll zu den anderen mit dazu. Ja? Keine Frage. Aber dieses Modell hätte wirklich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit durch ein bisschen schönere oder komplexere, aufwendigere Bemalung verdient. Es ist ja auch null Schattierung hier zu sehen. Gar nichts. Es ist ja einfach nur so ein, so ein blaustichiges Grau. Und dann halt die Farbe für den Rücken, für diese skelettartigen Streifen und auch die Krallen. Sonst nix. Es ist ja toll, dass die Zähne sogar noch in einer anderen Farbe in Creme bemalt wurden. Aber es fällt halt kaum auf. Weil du bist so durch das extrem helle Schweinchenrosa im Maul irritiert. Das ist das. Ja? Und das pinke Auge, das, ja, das. Ne? Also, ja. Das ist meine Meinung zu dem neuen 2020er Baryonyx von Schleich. Tolle Skulptur. Punkt. Ja? Also ich kann Sammlern von dem her wirklich nur ans Herz legen. Braucht sich nicht hinter anderen Figuren dieser Art zu verstecken. Im Gegenteil. Großartig. Aber das lädt doch zu einem fröhlichen Repaint ein. Weil, ne? Weil halt. Ich glaube, jeder, der so tickt wie ich, wird es zu 100% verstehen. Vor allem, wenn dich dann auch noch der Herr hier anschaut. Den gucken wir uns im nächsten Video an, ne? Also, denn man sieht ja auch schon an diesen beiden Skulpturen Unterschied. wie Tag und Nacht. Also wer, wer das nicht sieht, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Also, ja, ne? Das sieht aus wie zwei Figuren von komplett unterschiedlichen Herstellern. Ne? Und ich sag ja, wenn man, wenn man dann sowas sieht, dann ist der Baryonyx noch wirklich glimpflich davon gekommen. Ehrlich. Nochmal, ja, Hut ab und Grüße an den Künstler als Anerkennung für seine Arbeit. Aber was willst du denn machen, wenn dir die Hände irgendwo gebunden sind, ne? Ich weiß, wie es ist, auch ich habe Modelle für Hersteller gemacht. Nicht in 3D umgesetzt, aber die Zeichnungen, die Vorlagen. Und ich weiß, wie man schon hier an diesem Punkt an seine Grenzen stößt. Und vor allem, wenn man dann den ganzen Prozess begleitet und sieht, was dann zuletzt am Schluss rauskommt, was dann auf dem Tisch steht. Es ist, ach Leute. Ah, okay. Also, noch viel Spaß beim 360-Grad-Video. Das war mein Review zum neuen Baryonyx mit der Nummer 15022. Ein neuer Dinosaurier für das erste Halbjahr 2020. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Nochmal an dieser Stelle, Schleich, seid mal bitte nicht böse. Ich möchte die Figur nicht schlecht reden. Die Skulptur schon gar nicht, aber so Geschichten mit pinkfarbenen Augen. Und wirklich einfachsten Streifen oder auch hier die Farbe an den Krallen ganz grob draufgetupft. Geht sogar auf das Fleisch hier über. Und das von einem Hersteller wie Schleich oder wo das Rosa hier unten überdeutlich durchblitzt. Das macht mich dann teilweise doch ein bisschen sprachlos. Also seht es mir nach. Ich liebe Schleich, aber bei manchen Geschichten steige ich ganz einfach aus. Und das sei mir als Sammler, der sein Geld dafür ausgibt, auch erlaubt, dies mit meiner Meinung, mit meiner persönlichen Meinung hier kundzutun. Soll sich jeder seine eigenen Gedanken zu dieser Figur machen. Ich wünsche jedem von Herzen ganz viel Spaß damit. Eine tolle Skulptur mit einer sehr fragwürdigen Bemalung. Was bei mir leider Gottes einen etwas bitteren, fahlen, schalen Nachgeschmack. Nicht nur auf der Zunge, nein, auch in meinen wunderbaren Augen zurücklässt. Ja, ich bedanke mich nochmal bei euch fürs Reinschauen. Ich sage, ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Euer Rupi. Jei. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020